Hallo zusammen und willkommen. Es ist eine Ernährungsweisheit, dass das Frühstück bezeichnend für den Rest des Tages ist. Ernährst Du Dich morgen schon gesund und ausgeglichen, startet Dein Stoffwechsel, Dein Gehirn und Dein ganzer Organismus in Topform in den Tag. Der Level des Morgens wird in der Regel den ganzen Tag gehalten. Nimm Dir also ausreichend Zeit für das Frühstück und greife zu den 10 Lebensmitteln, die wir Dir in unserem heutigen Video vorstellen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst Du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für Dich hochladen. Nummer 1 Eier Eier sind der Frühstücksklassiker. Sie liefern Dir Protein satt und dazu viele weitere Mineralien und Vitamine. Du kannst Frühstückseier in vielen Formen genießen. Gebraten, als Rührei, Spiegelei oder gekocht. Eier versorgen Dich außerdem mit ausreichend Energie, wenn Du hart arbeiten musst und sättigen Dich zuverlässig bis zum Mittag. Nummer 2 Joghurt Joghurt sollte bei keinem gesunden Frühstück fehlen. Die leicht säuerliche Milchkultur regt die Verdauung und die Fettverbrennung an. Joghurtbakterien sorgen für eine Reinigung des Darms und können sich sogar positiv auf die Blutbildung auswirken. Nummer 3 Süßkartoffeln Du magst es morgen schon üppig und sättigend? Dann greife zu Süßkartoffeln. Ganz anders als normale Kartoffeln liegen die nicht schwer im Magen, sondern sind nährend und sehr leicht verdaulich. Nummer 4 Haferflocken Ein wenig gesüßter Haferbrei ist die perfekte warme Mahlzeit für den Morgen. Du kannst ihn mit Kuhmilch oder alternativ mit Pflanzenmilch zubereiten. Halte Deinen Haferbrei salzarm und süße ihn mit etwas Honig, Beeren, Agaven-Sirup oder durch Bananenstückchen. Die Mineralien im Hafer nähren nicht nur, sondern versorgen Deinen Darm mit wertvollen Bausteinen für eine gesunde Verdauung. Nummer 5 Avocado Ein Vollkorntoast mit Avocado und frischen Tomaten ist der perfekte Start in den Tag. Diese Früchte liefern Fasern, Ballaststoffe, Vitamine und zellschützende Substanzen. Avocados können sich positiv auf den Blutzucker und die Blutfettwerte auswirken. Wenn Dir die Früchte schmecken, solltest Du sie täglich in Deinen Ernährungsplan einbauen. Nummer 6 Nussbutter Ja, Nussbutter ist gesund, wenn sie zuckereduziert ist. In allen gängigen Nussarten stecken viele wertvolle Gehirnnährstoffe und Substanzen, die das Herz schützen können. Am Morgen genossen geben sie Deinem Gehirn die richtigen Signale für einen aktiven und fitten Tag. Nummer 7 Schia-Samen oder Leinsamen Schia-Samen enthalten Fasern und Stoffe, die Giftstoffe binden können und die Verdauung unterstützen. Dazu liefern sie Aminosäuren, Mineralstoffe und wertvolle Quellstoffe, die Dich lange satt machen und Deinen Darm pflegen. Statt Schia-Samen kannst Du auch Leinsamen verwenden. Nummer 8 Bananen Bananen sind zu jeder Tageszeit der perfekte süße Snack. Sie liefern neben Schleimstoffen, Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffe und Nährstoffe, die Deinen Serotonin-Level so richtig in die Höhe schießen lassen. Bananen machen also glücklich, sättigen und geben Dir Power für einen gelungenen Start in den Tag. Nummer 9 Ein Sellerie-Smoothie Im Sellerie stecken so viele gesunde Mineralien wie in kaum einem anderen Gemüse. Als Smoothie-Genossen entgiftet der Trink deinen Körper am Morgen von Schlacken aus dem Nachtstoffwechsel. Er versorgt Dich mit Vitaminen, Frischmachern und jeder Menge grüner Farbstoff, der Deinem Darm gut tut. Nummer 10 Beeren Erdbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren und viele weitere enthalten wertvolle Pflanzenstoffe in unglaublich großen Mengen. Einige davon sind sogar dazu in der Lage, die Fettbildung in Deinem Körper zu unterbinden. Das bedeutet also, dass andere Nahrungsmittel, die Du mit Deinem Beerenfrühstück aufgenommen hast, nicht zu schnell auf die Hüfte springen. Zum Abschluss möchten wir Dir noch einige Empfehlungen auf den Weg geben, welche Getränke Dir begleiten zu einem gesunden Frühstück gut bekommen. Neben einem Glas stillen Wasser solltest Du zu frischen und wenig gesüßten Fruchtsäften greifen. Eine Tasse Kaffee ist in Ordnung. Wenn Du sehr gesundheitsbewusst leben möchtest, kannst Du den Kaffee durch einen anregenden Grüntee ersetzen. Leidest Du unter Stress oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen solltest Du zu koffeinfreiem Kaffee oder anderen wenig anregenden Getränken greifen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen!